Hallo Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Trouble in Mineville Eine lange Zeit ist schon vergangen, bis ich mal wieder gespielt habe Und auf jeden Fall zeige ich euch mal die neue Map heute Cabin in the Woods Die ist jetzt nicht mehr so aktuell neu, aber wie ihr seht kann man jetzt hier voten Und ja, ich habe ganz schön viel Karma dazu bekommen und es geht auch direkt los Das ist schon eine Kiste direkt, haben wir gern Ja, voll die Noobs hier, die kriegen ja gar nichts hin Also, ich habe schon mal alles So, dann werden wir jetzt hier, zack So, aber mal gucken, was ich jetzt werde Bin ich noch gar nicht, äh, sicher Auf jeden Fall ist einer mit einer Aufnahme gescheint Äh Muss ich den mal eben schreiben Bin in der Aufnahme Aha, irgendeiner der wieder Werbung machen will Die kommen ziemlich oft auf den TS3 jetzt und ich schreibe mich dann an Hier blablabla und äh Und äh, das und dies und jenes Wie auch immer Uh Ja Ich bin innocent, war ja mal mehr klar Der scheint wohl nicht zu machen So, dann gehen wir mal Zum Tester Also, äh Das gibt einmal hier oben Wie ihr auf der Mini-Med seht, ein schönes Haus Ein sehr großes, wo viele Kisten Will er den jetzt den Detektiv killen Wenn ja, dann muss ich Ja, ich wusste, dass der Traitor war Irgendwie hatte ich ein gutes Gefühl bei dem Ähm Was will der denn jetzt hier So, dann verfolgen wir mal den, äh, Detektiv nicht Nein Also, die finden irgendwie alle Traitor direkt Ist ja klar, die Prämien uns sind meistens Traitor Werden direkt hier getötet Die ersten Kampf irgendwie Ich kann schlecht sagen, wer, wer ist Äh Äh Anna verfolgen Äh Äh Okay La 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 Detektiv scheint wohl, äh Ja, nett zu sein Und ich zeig euch jetzt mal, wo der Tester sich befindet Äh B-b-b-b-b-b Der scheint Check Test Check Test Wenn der jetzt nicht geht, dann muss der schon sterben Check Test Meine Fresse, ich verstehe nicht, warum manche das nicht Okay, der scheint anscheinend nicht zum Testor zu gehen Äh Das war gar nicht gut Äh, aber ich denke mal, das wird nichts Äh Und äh Schöner Trick Schöner Trick Schräg-schräg-tl Kann man die Zeit sehen Falls ihr das noch nicht wusstet Jetzt wisst ihr es Und äh Ja, ja Worte 3 ist schon vorbei Blaster schief Wer ist das denn Was hat der denn mit den tausend Mit den ganz vielen Kramer Weil sie nicht Oh Wir spielen Fausen Ah Cargo Meine Haha Und hier ist auch eine Diese Map habe ich ja schon oft genug gespielt Ist das jetzt auch eine Healing Station? Ich habe ja in der letzten Folge Ah Dass die Detektive so eine geile Healing Station aufbauen können Natürlich echt nice Und Jetzt möchte ich öfters Detektiv werden statt Inno Inno finde ich sowieso das langweiligste was man hier eigentlich werden kann Dann kann man äh Ja ja einfach nur rumlaufen und gucken ob irgendeiner Traitor ist Und Oder den Schalter hier bewachen So wie ich es immer mache Und Wer drückt den Schalter Inno So kann er den Schalter Da Naja Igoogle der mit den Traitor der fühlt sich wohl auch lustig Okay der hat den Der hat einen Detektiv getötet Dann haben wir gleich den nächsten Jetzt gehen wir mal zurück Machen die Detektiv Teile weg bevor ich noch verdächtig werde den Detektiv zu Die kill zu haben Der ist Der ist Der ist kann auch Traitor sein dahinten Ich habe einen Headshot bekommen Ach Hammer geil von Den hier bestimmt Und Spacken ey Das Content Das ist ein Traitor Komm Bring ihn um Ja egal Ich versuche mal auf einen anderen Server zu kommen Und Und Wir sehen uns dann Eventuell gleich weiter Wieder in der nächsten Aufnahme Bis gleich Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Trouble in mein Will Ich nehme mal die Map Äh Aus eins einfach mal Aber es wird ganz genau fortstrang kommen Mh Bin ich jetzt nicht hier Ich hoffe ich werde jetzt nicht gekickt Tl Alles klar geht jetzt los Äh Kiste Mh Ja gehen wir mal da hin Ach einer kennt die versteckte Kiste Hammer geil Schon mal die Kiste weniger Mh Ja jetzt bin ich auch noch Ah weg da sinds Ich hoffe hier oben sind auch noch mal welche Kisten Jop Alles klar Schon mal ein Stein Das ist meine Das ist meine Das ist meine Das ist hundertprozentig meine Runde beginnt in Fünf Sekunden Und äh Ich bin bestimmt Traitor Na klar innocent Mal genau Das gibt es nicht immer werde ich in Notcent ey Na ich sehs nicht wegen dem alten texture pack Lass den kack Lass den kack Hat er mir schön gesnackt Geil Mh 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 wel Woh Mh 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 Der war 3 da oben Es ist Nein, kenn mich doch nicht, bist du dumm. Wenn das jetzt ein Inno ist, dann werde ich bekloppt. Hallo, die Runde ist vorbei, brauchten die mehr auf mich schießen und wir sehen uns dann in der nächsten Runde. Und da sind wir auch schon wieder in einer weiteren Folge Trouble in Mineville, ich habe schon für Channels geworden, äh, The Channel eher gesagt, der Kanal. Und, ähm, ja, sieht so aus, als wären wir 1,000 Cargo spielen würden. Und es geht in, 10 Sekunden los, und zwei Premiums sind drauf, was eigentlich drei, ja, von man da, nein, 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 boah, meine Gäste. Das ist ein Premium hier, der gerade vor mir läuft. Alter, hier ist ein Loch, haben die ein Loch gemacht, damit man es schöner reinfangen kann. Und, ähm, ja, verkackt würde ich mal sagen, den Sprung. Stimmt. Und, äh, ich hoffe mal, dass ich jetzt diese Runde endlich mal Traitor werde. Aber, ähm, keine Ahnung, ich habe wieder ein schlechtes Gefühl. Mein, mein, mein Place hat die, unglaublich. Hat der ja fast bei Namen nachgemacht. Nein, du machst die Tür nicht auf. Alter. Und, äh, ich bin Traitor. Yippie. Irgendwie wusste ich, alter, alle Traitor. Jetzt gehen die alle auf den Detective. Hihihi. Den habe ich. Den habe ich auch. Da war mein Place HD. Tja, gestorben ist. Boah. Ähm, ich zeige euch jetzt mal die Claymore. B2 macht man da, dann bekommt man schöne Druckplatte. Dann kann ich irgendwo hinstellen und dann, wenn einer drauf tretet, macht's BUM. So. Die hauen sich ja da drin. Ah. Boah. Boah, alter, geht da Tierrad ab. Heftig. Kleiner Hacker. Boah. Boah. Ja, er schlägt mich von, äh, schön, dass mein Twitter-Kollege mich geholfen hat. Richtig heftig. Danke an dich, ne, dass du den gekillt hast so früh einmal geil und, äh, war jetzt mal eine richtig geile Runde. Ich glaube, sieben getötet, kann das sein, ja. Und die müssen ja sowieso nur noch einen killen und die Twitter haben gewonnen. Alles klar, ähm, jo, dann bedanke ich's mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme. Vielen Dank. ingssame. Vielen Dank.